Herzlich Willkommen zurück zu einem Let's Play COD weiterhin in meiner Wehlichkeit Glabur. So, weiter geht's Leute. Was haben wir hier? Cool. Oh, cool. Das ist cool. Das ist cool. Das finde ich cool, das finde ich cool, das finde ich cool, cool, cool. Da kann man durchgucken. Ah, okay. Okay, okay, okay. Weiter geht's. Verbandkasten, Daniels. Wir brauchen einen Verbandkasten. Okay. Oh, fuck. Oh, fuck. Fuck, Alter, ich hab den Nahkampfangriff gesucht. Ich bin schon so ein Trottel. Nein, gib mir doch mal die, bitte. Und dann hätte ich gerne diese Waffe. So, und jetzt können wir, haben wir uns doch gut ausgestattet, denke ich. Nachladen bitte, was muss ich machen? Nein, alles klar. Warum ist alles so schwarz-weiß? Weiß. Flammenwerfer. Hallo, ey Gott. Alter. Okay. Die macht Schaden. Okay. Gib mir mal die. Okay. Okay, den haben wir. Fuck, da ist der Wichser nicht weitergelaufen. Headshot. Leck mich am Arsch. Ist der Helm weggeflogen. Hehehe. Okay, haben wir, Leute. Wir sind zwar nicht die schnellsten, aber wir haben's. Der Nahkampf. Boah. Ja, voll, ja. Alles nachgeladen. Den auch. Können wir die auch? Hat er, hat er, hat er. Hat er, ja. Ja, wo müssen wir hin? Wo müssen wir da runter? Alter. Kommst du den weg? Leute, John Wayne, lebt wieder. Bunker, drei von fünf. Okay. Tab, um ein Ziel zu sehen. Alles klar. Da ist er tot. War ich zu langsam. Ich möchte vor, die Kampfer unten halten. Er ist erledigt. Ich schiebe sie jetzt. Sie rücken im Westen. Bei der Säule. Bin leer. Lade nach. Hab ihn erwischt. Ja. 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 Alles klar, Sir. Wir brauchen den Verbandkasten. F geht, hab ich gesagt. Nein, da nicht. Oh. Fuck. Wir nehmen die. Äh, F. Wieso drückt man denn immer den falschen Knopf, hä? Bin ich etwa besoffen? Habe ich gestern zu viel getrunken, oder? Okay, Jasmin. Noch einer. Wir haben's geschafft. Müssen wir hin. Da. Ich muss mich jetzt heilen, mein Freund. F. Oh, ich drücke, ich drücke, ich drücke. Oh, ich mach dich für dich. Oh, ich drücke, ich drücke, ich drücke, ich drücke. F. Ah. Alter. Du. Ich hab, da stand doch linke Maustaste, oder bin ich blöd? Was stand da? Links? Links? Ich hab einfach linke Maustaste gedrückt. Ich muss euch das ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht gelesen, was da stand. Nein, ich hab wieder falschen Knopf gedrückt. Ich bin so doof. Der Führer lernen durfte. Was mach ich denn heute hier finde ich scheiße. Es ist Sonntag und ich bin so doof zum Zocken. Nja. Nja. Äh. Lettaste. Ha. Die noch scheint nämlich. Lettaste da. War ein Junge denn jetzt? Hab ich's dir aber gegeben, so. Noch einen. Gib ihn. Er hat ruhig noch einen verdient. Gott, du jesman. Elvin. Willst du mich verarschen? Wir müssen in Deckung. Alter. Zufide. Zufide. Wir sind sicher. Komm schon. Das nennst du sicher. Das nennst du sicher. Ja, wohin. Halt sie durch. Der Kopf unten halten. Hast du es ehrlich? Da kommt noch mehr. Vorsicht. Er ist getroffen. Weiter. Alter, wie übel. Ich hätte G drücken müssen. Alles klar. Sie wurden durch die Granate getötet. Ich hab gedacht, ihr müsst da einfach, weißt du, vorweg laufen. Alter, was für ein... Welche Situation setzt ihr mich denn wieder rein? Alles klar. Sechs. Alles klar, weiter geht's. Komm, wir lassen dich nicht zurück. Okay. Alles klar, jetzt ist mal ja was passiert. Geh. Alter, was mach ich? Meine Maus ist viel zu langsam eingestellt, Leute. Nein. Endlich hilft uns mal einer. Und drogenabhängiger wird's. Hm. Du musst durchhalten. Die Frauen in Paris warten nur auf dich. Wirklich. Klar tun sie das. Ich, äh, kann ich... Kann ich dein Mädchen nochmal sehen? Ist das dein Ernst? Schon gut. Ich, äh, ich seh eh nichts. Ich, äh, ich leg mich einfach schlafen. Nein, nein, nein. Du musst wach bleiben. Hey. Daniels! Ich bin hier. Hilfe! Kann mir jemand einen Sanitäter holen? Ich mach das! Weg da! Er kümmert sich um ihn. Ich brauch sie bei mir, Daniels. Herhören! Da ist ein GPF-Geschütz bei der Farm die Straße rauf. Es feuert auf den Strand. Gehen wir! Wir kommen wieder zurück. Kontrollieren Sie die Munition und Granaten. Wir haben ihn gehört. Ich brauch uns das. Weg da! Bewegung! Okay. Etwas Munition, Daniels. Jetzt kann ich... Jetzt hab ich Munitionspack bei mir. Okay. Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Nee. Okay. Was haben wir für Waffen? Ich bin bereit für den Antrieb, sobald wir das Farmhaus erreichen. Bewegung! Okay. Sniper und ein NG. NG auf die Waffe! Okay, weiter geht's, Leute. Auf den G schießen! Nachladen. Komm, Baby. Komm, Baby. Mann, stirb doch! Ich kann mich nicht weiter nach links bewegen. Warum? Okay. Wir müssen reinwaschen. Jetzt niemals 15. Waffen und ein NG. Ja, ich kann mich noch nicht mehr machen. Weil ich mich noch nicht mehr machen kann. Ja. Das war's für heute. Ja, wenn ich denn mal nachgeladen hätte und ich denn jetzt auch mal an das andere MG gehen dürfte, dann geschön. So, ja, dann machen wir jetzt mal aufräumen hier. So, da ist aber mein 200 Schuss schon wieder weg, du. Ja, 50 Schuss nachgeladen, so. Geht ja gleich nicht so viel Bicher ab, du. Euiuiuiui, wir werden sterben. Dankeschön. Können wir jetzt hier auch mal die Leute wegkriegen, so langsam. Danke. Wie viele kommen da noch? Alter, jetzt mal ohne Scheiß, Mann. Jetzt muss ich erstmal hier mein Leben bitte recken. So. Alter, schießt ihr auch mal, jetzt mal ohne Scheiß. Hallo, das sind ein bisschen viele. Wir wollen mich doch verarschen. wollt ihr mich doch einfach. Dann müsst ihr jetzt loslassen. Danke. Ja, Munition ist mir scheiße gar nicht. Ich habe kein Meft. Auch doch, ich habe ein Meft. So. Wo müssen wir hin? Was wollen wir jetzt hier machen? F-Trip. Warum zerstören wir die? Warum schießen wir nicht selbst mit der? Ein F-Kit. Okay. Wir gehen zurück. Man muss ganz ehrlich sagen, schön laufen tut das Spiel nicht. Aber macht nichts. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Story alleine ist schon wieder... Ah, okay. Wir können da hin. Ist schon wieder der Burner. Ohne Scheiß, Leute. Aber bevor wir da jetzt hingehen, sage ich erstmal wieder vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.